so guten morgen willkommen zu einem kleinen geburtstag special ja ich habe wieder geburtstag schon wieder ich bin auch jedes jahr besser wie ihr wollt ich habe hier noch scores die löscht ich gleich mal ja wie ich spiele oder gleich spieler sich ausgegraben habt not tetris 2 so wie man sieht kann die blöcke auch etwas anders drehen als im normalen wir haben hier links hier links da so ein balken die müssen wir möglichst füllen also der rechts diese ding um die line abzubauen können natürlich auch einfach reinziehen normal soll es noch ein ticken schneller laufen aber geplant technisches problem und so war das nicht geplant und ich gucke aber wie weit ich kommen bevor ich sterbe ein bisheriger rekordlich bei knapp 3000 den ich allerdings wieder gelöscht habe ich finde das spiel recht lustig muss ich sagen das ist ja genau weg mich das kriege ich rein das kriege ich hin das kriege ich hin ich bin so gut ja ich bin voller täteres pro habe ich schon internationale wettbewerbe gewonnen mann weil es ja so viele internationale täteres wettbewerbe gibt mindestens null die kriege ich da rein die kriege ich da rein oh komm lass mich verarschen so plötzlich den jetzt schlimmer als täteres weil das alles das scheiße zusammen ja leck mich leck mich da unten kriege ich nie abgebaut das dreck spiel kommen gefangen schon ist scheiße man muss ja nur noch den downloadling finden und finden und oder kommen ja es sieht voll scheiße aus wie im richtigen tetris nur noch schlimmer und platziere hier drauf und dann fällt es da rein hoffe ich fall da rein oder so ähnlich wie auch immer komm nein das wird nicht nur und es wird möglicherweise etwas später kommen weil ich hab so am 15 geburtstag oder bin ich auf schule und so ich baue hier gerade eine sehr wilde konstruktion jawohl sieht doch gleich viel besser aus ja zu ähnlich baut man auch häuser zumindest in meiner realität weiß ja nicht wie das bei euch so aussieht so ich muss leider was tun damit ihr das feld bisschen leert weil ja 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 komm nein kommt nicht ja kommst du ja so wir platzieren das mal gekonnt und wir haben eine line abgezogen ja ich hab voll die line reingezogen das bräuchte was langes hart moment jetzt tatsächlich haben wir arbeiten doch so lang ist nicht besser wissen so lang hatten vor was ist das denn jetzt das zieht nicht so gut aus als ich hier baue nein ja ich brauche dieses lange harte ding da oh gott oh man das ist ja grauenhaft komm 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 oh leck mich soll ich das denn jetzt hin platzieren das brauche ich nicht da rein kommt oh zwei lines hier haben voll die line coke reingezogen und noch eine line coke ja ja und drei lines ich bin so geil man kann es ist jetzt sehr merkwürdig auch so sagen ja schon zehn lines und ich habe ein level abbekommen moment level ab was ich glaube ich bin hier schon wieder im falschen spiel ja der war gut platziert so deine mutter ist so dumm ey die drinnen block bei tetris so wir platzieren das mal da rein und dann komm schon komm nein reicht nicht reicht nicht so etwas rach stopfen damit es reicht gut dann das wackeln so komisch und her reicht aber nicht verdammt nein doch vielleicht fast ach nein doch und dann gehen wieder zwei muss ich ehrlich gesagt sagen ich finde das fast lustiger als das echte tetris die tatsache dass es ein bisschen langsamer läuft als normal laufen sollte macht es sogar viel spielbarer so platzieren das ist das hier rechts sind recht fast alles das reicht nicht verdammt ich muss hier irgendeine leinwein ziehen ja nicht ganz und das passt dahin und jawoll du setzt sich jetzt weiter an du passt dahin so ungefähr du passt nirgends wohin ok du wirst dann mal hier so bei seide geräumt ich könnte so einen turm bauen der total wackelig ist und wackelig ist das denn jetzt hier links kommt schon wo passt richtig hin dahin dahin oh verdammt ich weiß nicht wie das nennen soll ich bewege etwas und es baut sich ab komm schon noch eine ist aber auch hartnäckig die dinge wo krieg ich hinein krieg ich dann was ok dahin jetzt 1600 ich bin voll gut ich hab voll drauf ich war schon immer voll so viel zum thema ich hab voll drauf ja doch also ich muss sagen herz aller liebst früher habe ich sowas als ausschuss immer weggeschmissen heute nenne ich es tolle konstruktion so ändern sich doch die zeiten den ziehe ich jetzt da aber das passt das passt das hat das gesehen wie ich es ist langsam schwierig hier irgendwas zu konstruieren zum glück muss ich die zeile nicht komplett füllen aber ich habe trotzdem so langsam meine schwierigkeiten da irgendwas irgendwo reingenommen habt ihr auch mal eine schwierigkeit irgendwo euer ding reinzubekommen etwas mit gewalt so und leicht nicht so schnell verdammt auch mehr punkte ich kann ich gar nicht gebrauchen direkt 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 dahin einmal kommen schon wo das sind ganz viele lines und ich kann keine aldo doch das kann sie Wow, was sehe ich denn jetzt denn? Einfach immer die Wand nehmen, wird ja schön. Yeah, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? So macht man das. Ja, ich bin voll beeindruckend. Ich hab's voll, wow, ist voll drauf, voll drauf. Komm, wir waffeln das Ding jetzt einfach mal mit hinein und hoffen, dass es funktioniert. Ah, es funktioniert, perfekt. Und ich hab schon wieder ein Level abgekommen, äh, Leben, äh, nein. Immer noch nicht, verdammt. Das wäre doch auch schön. Tetris mit Leben. Ebenfalls schießen Gegner auf dich, die dich töten und so. Ich weiß zwar nicht, wie man das einbauen könnte, aber das ist nicht mein Problem. So, ich glaube, ich nähre mich grad meinen ehemaligen Highscore, den ich aber schon gelöscht hab. Hm. Wenn ich ihn nicht gelöscht hätte, könnte ich jetzt nachschauen. Ach komm, wir werfen das Ding einfach mal da. Yeah. Voll der Hebeleffekt, äh? Habt ihr das gesehen? Gesehen? Könnt ihr was lernen von mir, ey? Wenn ihr in der Berufschule, oder in der Schule grad Hebeleffekte habt, äh, könnt ihr das Video zeigen. Sagt einfach, ihr habt doch mal was vorbereitet. Ein voll krasses Video ist. Voll krass dem Hebeleffekt, Alter. Deine Mutter, so, das baue ich grad langsam richtige Scheiße zusammen. Ich weiß nicht, wie ich das da irgendwo reinpasteln soll. Wo soll ich dich denn jetzt hinbauen? Na komm, du passt mal da drüben rein. Naja, mehr oder weniger. Und obendrauf geht immer noch eine. Ah. Ja, so hab ich mir das vorgestellt. So nicht anders, weil warum auch anders. Wo soll ich dich denn jetzt hinbauen? Weil vielleicht dich da hinten rein schmeißt? Passiert da irgendwas? Oh Gott. Ist doch die Down-Taste nicht mehr gedrückt halt, nachdem eins aufgekommen ist. Oh Gott. Das ist gleich vorbei. Verdammt, ich will doch mal nen Highscore knacken. Ich weiß nicht mehr wohin mit dem Scheiß. Äh. Rammt. Was passt nirgends wo mehr rein? Doch. Haha. Ich hab mir leid. Ich hab da mit meinem Rekord gebrochen. Yeah. Ich hab's voll drauf. Ich hab gesagt, das ist total einfach. Äh. Äh. Ey. Was machst du da? Was machst du da? Rammt. Du kannst dich einfach hier bewegen. Also kannst du schon, aber das macht man einfach nicht. Äh. Mann. Das krieg ich da nie wieder raus. Äh. Nein. Nicht nicht. Ich weiß nicht, wo das hin will. Ich hab so wenig Platz, um irgendwas irgendwo hin zu platzieren. Oh. Oh. Da kommt was langes, hartes. Ich steh auf langes. Nein, nein, nein. Nicht da hinten reinfallen. Oh. Hätte ich mir das lange harte ersparen können. Äh. Wie passiert das? Wo? Äh. Okay. Bisschen. Bisschen merkwürdig. Auf. Nein, 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 nein. Moment. Doch, 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 doch. Hahaha. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ah. Ich bin so gut mal wieder. Pff. Äh. Yeah. Schon wieder ein Level ab. Ich bin schon Level 4, Baby. Äh. Passt nirgends wo rein. Äh. Du, du noch viel weniger. Komm, geh mal da. Und noch einer. Toll. Geh auf die andere Seite. Wo praste ich dich jetzt denn rein? Da. Aber du dann da hin. Äh. Nein. 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 Äh. Was? Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Ich bin einfach so gut. Verstehst du? Ich mach das einfach. Ich weiß zwar nicht wie ich das mach, aber ich mach's einfach, ne? Weil ich's einfach mache. Ich bin der Machermann. Der Machermacher. Ich mach die Macher. Irgendwie so. Keine Ahnung. Äh. 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 Nein. 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 Scheiße. Yeah. Ich bin voll abgeräumt. Schön wie das immer federt. Finde ich saukool. Äh. Äh. Nein. 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 So ein Mist. Oh. So wechseln wir die Musik und mach nochmal das Deck. Wo war denn nochmal der Unterschied? Ich hab keine Ahnung. Wir platzieren erst mal nen Block. Nen Block. Nen Block. 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 Ha. Perfekt aneinander gebastelt. Habt ihr's gesehen? Habt ihr's gesehen? Und ich spurt nochmal zurück. Pfff. Also hoch auf YouTube. Da kann man zurück spuren. Äh. 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 Ja. Sehr gut. Sehr gut. Und wie platziere ich den denn jetzt? Der passt da nicht mehr rein. Äh. Pfff. Pfff. Nicht so direkt. Nein. Pfff. Das krieg ich den natürlich noch nicht mal da drauf. Ich bin so toll. Pfff. Pfff. Äh. Pfff. Gewalt. Komm schon. Pfff. 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 Muss ich hier nicht irgendwie auch was abbauen? Wäre vielleicht nicht verkehrt? Nein. Nein, 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 nein. Oder muss ich einfach nur aufeinander bauen? Keine Ahnung, was ich hier tun muss. Das kann aber irgendwie nicht so ganz sein, glaube ich, oder? Kann das sein? Nein, vielleicht. Was weiß ich. Oh, ich drehe jetzt mal in die falsche Richtung, ich schlaue Hund. Äh, das passt nicht wie jetzt. Was willst du da reinpassen? Ah, nein. Verdammt. Äh, das passt nirgendswo da rein. Äh, nein. Ach, leck mich doch da, komm. Beschleunigungen so, ne? Äh, leck mich. Das passt nirgendswo rein. Ich glaube, ich muss hier einfach nur stab. Äh, ja. So vielleicht nicht gerade. Äh, äh. Ach, komm, eins geht noch. Eins geht noch. Ja, mach. Halt, ich wollte noch mal. Will ich das noch mal spielen? Nein. Mal mit anderer Musik, hey. Man muss ja jede Musik mal ausprobieren. Amen. Jetzt schön langsam geschmeidig auf den Boden gleiten lassen. Nein, nicht um vor allem. Ach, ich hasse euch. Es stinkt. So, jetzt muss ich das. Punkt genau. Ah, wunderschön, wie perfekt ich das hier reingezogen hab noch. Äh, passt das ja durch? Passt das ja so? Nein. Oh, das wird jetzt aber schön gestellt. Ich bin so gut. Das war natürlich geplant. Mit Absicht geplant. Äh, wie ziehe ich das denn jetzt? Da drüben. Naja. Vollständig war die Reihe jetzt, aber nicht. Aber das soll das mal nicht stören. Wir platzieren das mal. Da, 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 da. Paff. Verdammt, das hab ich mir den Block zugeschoben. So ein... Schöne Sachen scheiße. Der Mist. Die Musik ist scheiße. Woll ich mal erwähnt haben. Die ist wirklich nicht so toll wie die anderen beiden Liga. Sieht interessant aus, was ich da konstruiere. Und der Turm hier rechts kippt gleich, glaube ich. Also, möglich wär's. Ich will sehen einfach noch mehr Blöcke da drauf und gucken nach, was passiert. Äh, schön, schön rein da rein. Oh Gott. Wo platziere ich den jetzt? Da, da, da. Wend, wend, wend. Noch ist es nicht zu spät. Komm, komm, komm. Yes. Oh ja, was langes, hartes. Aber genau, was ich brauche jetzt. Richtig langes und hartes. Äh, naja. Nicht ganz wie geplant, aber... Ich will mich mal nicht beschweren, ne? Außerweise beschwere ich mich mal nicht. Und da gehen drei Lines auf einmal in meine Nase. Ich meine, verschwinden einfach so. Ähm... Nichts anfangen mit dir. Bist du nutzlos. Bist wie, wie, wie... Wie Menschen. Total nutzlos. Die Menschen, die können mir kein Geld geben mehr. Völlig sinnfrei. Nutzlos. Ich baue hier rechts mal einen Turm weiter. Äh. 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 Komm schon, komm schon, komm schon. Prack. Das hatte nicht den erwünschten Erfolg. Muss ich noch was... Verdammt! Bau dich ab! Äh, verdammt. Verdammt. Baue ich dich jetzt hin da? Hm. Okay, irgendwie so. Fast wie geplant. Äh, ich... Bau dich da. Das reicht nicht, verdammt. Moment, da muss ich dich noch da rein quetschen, dann geht das. Yes! Ich hab's so drauf, äh... Fast schon ein bisschen, ne? Das ist viel besser als echtes Täter, das muss ich sagen. So zwischendurch kann man das immer wieder spielen. Und ist auch anspruchsvoller als echtes Täter. Ich bastel dich mal dahin. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Nein, nicht wirklich. Ich hab meinen Turm verbastelt, verdammt. Hm. Und dich muss ich in das Loch schieben? Das lange muss ich in das Loch da? Yes! Und jetzt geht ins Loch. Und wenn's lange ins Loch geht, ist das gut. Meistens. Yeah! Muss man nochmal ordentlich drücken und dann... ...kommt die Scheiße auch raus. Moment, das klingt jetzt irgendwie falsch. Das wollte ich nicht, dass es falsch klingt. Ausnahmsweise mal wirklich nicht. Nein, meine Liebe. So. Wo können wir jetzt, äh... Sieht schon wieder vielfreundlicher aus. Ist immer scheiße, wenn das Feld schon so voll ist. Das ist wie mit so einer vollen Schüssel. Wo wir schon bei Scheiße sind. Die Niveau des Gesprächs erhöht sich schon wieder. Die Niveau. Ja, ja. Deutsch im Leistungskurs. Hatte ich. Gehabt. Haben hat. Tut, tut, tut. Und das muss irgendwie da hin. Das muss da hin. So, dann basteln wir das hier zusammen. Dann haben wir ein blauer... Ja. Hm. Also wie gesagt, ich bastel das wunderbar zusammen. Wär's nicht irgendwie daneben? Nein, ich doch nicht. Würde ich nie tun. Ah, steck das einfach mal da rein. Vielleicht passt's ja. Ein bisschen. Ja, doch. Wohin damit? Verdammt. Hm. Yes. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wenn ich das gemacht hab. Einfach nur zack und dann war der drin. Mein Gott, ist er schon drin? Das ging ja schnell. Ähm. So, wir basteln das irgendwie da rein. Und äh, was? So, wie soll das denn jetzt? Ich bin mal gespannt, wie groß das Video nachher wird. Zwei Megabyte. Äh, nein, nein, nein. Ach, verdammt. Moment, das krieg ich doch gerettet. An die Wand und runter. Verdammt. Irgendwie nicht so wie geplant. Moment, werd ich das da noch rein donner? Nein, verdammt. Das muss ich jetzt hier rein donnern. Ähm, wo ist da rein? Und du hast dann da... Nein, verdammt. Das war nicht weit genug rechts. Obwohl, doch ist ganz gut. Ich muss jetzt nur noch irgendwie... Das nicht... Nein, das war nicht so gut, glaub ich. Bleiben auch nur so kack Reste übrig. Weil kack hier bleib über Rest. Äh, was sollst du da jetzt eigentlich reingeglitschen? Nein, 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 nein. Doch, vielleicht, nein, ehrlich so. Hüpp! Hüpp! Naja. Nicht so wie geplant. Ich glaub, der lauft nie so gut. Ach, wir versuchen jetzt einfach mit Hardcore einfach draufpressen. Einfach pressen. Dann kommt das Kind von ganz alleine. Und, und, kurz gucken. Guck da rein. Da passt das doch schön. Was mach ich mit dir jetzt? Was mach ich mit dir, verdammt? Verrummd? Was mach ich mit dir? Oh, ich hab ihn schon platziert. Vielleicht soll ich aufhören darüber nachzudenken, was ich mit ihm mache und den nächsten falsch platzieren. Äh, was, was? Nein, nicht jetzt, was? Ja, das war natürlich ganz gekommen. Da hab ich mal meine Pro-Skills bewiesen. Und, ich baue sogar eine Line ab, hey. Ordentliche Line reingezogen. Noch mal, ja. Yeah. Und, oh, hab das gesehen, hab das gesehen, hab das gesehen, hab das gesehen. Ja, ihr habt's gesehen, ne? Wenn ich spüle doch nochmal zurück und schaut's euch nochmal an. Moment doch, spüle auch zurück und schaut's euch nochmal an. Ey, was macht ihr da? Ey, was soll der Scheiß? Das ist nicht in Ordnung, was ihr da eben gemacht habt. Egal, ich baue eine Line ab. Weg mit der Line. Alles reingezogen, ey, reingezogen, ey. Abgebaut, meine ich. Passt dich, dich, dich denn jetzt hier nachkommen. Links hab ich schon einen, also drauf damit. Und dann passt die Sache, ne? Und, oh Gott. Wo steck ich dich jetzt hin? Ich steck dich einfach mal da rechts rein. Einfach mal reinstecken, wird schon passen, ne? Wenn ich den jetzt ein bisschen so drehe und dann... Ah, verdammt. Das hat ja wunderbar so überhaupt nicht funktioniert. Nein, nein, fall runter. Verdammt. Das Dumme ist, dass dein Mutterwitz mit dem Blockdrehen nur einmal lustig ist. Jihai. Hey, ich hab doch schon volle Blockhaufen gehabt. Also, Reste-Blockhaufen. Reste-Verwertung war das, ähm... Oder so ähnlich. Ihr fällt grad nichts Lustiges dazu ein. Lacht einfach mal so. Lacht euch doch einfach mal selbst aus. Mach ich auch manchmal nicht. Ist voll nicht lustig dann. Hm, 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 hm. Und wir ziehen einfach runter. Hm... Wir drehen uns im Kreis und ich weiß nicht wohin. Hier links. Ja, den müsst ihr, den setzt ihr. Oh, doch, er geht weg. Ähm... Ähm... Was passiert? Etwas Positives. Wer hätte das gewartet? Hey, ich komm weiter. Das ist bis zum letzten Mal. Ich bin voll geflasht und mein Oberskill-Skills... Meine Skills sind so ein Oberskill-Skills. Hö, nein. Ja, so wollte ich das. Genauso nicht anders. Komm schon, komm schon, bau dich ab. Verdammt. Hör, nein, ich doch vielleicht. Äh... Nein, doch. Ah. Das wird auch nie alt. Genauso wie die Hygiene-Finess überhaupt alt wird. Ja, übrigens an einem Herzenfaktstab. Wen überrascht das jetzt? Niemandem dachte ich mir. So, dich stopfen einfach wieder rechts rein. Ordentlich rechts. Äh... Wo tue ich dich hinschieben tun? Dahin. Super, er hängt so... Toll, ich hab so einen Einser-Block geschaffen. Ich hab einen Einser-Block geschaffen, dass wir das Tetris-Spiel revolutionieren. Ich entwickle nämlich gerade ein Tetris-Spiel. Nein. Ich habe dieses Tetris-Spiel entwickelt. Nein. Ich platziere einen Block total stark. Ja, das klingt schon eher nach mir. So, wir platzieren das mal langsam hier hin. Und dann, äh, äh, ähm, 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 dahin. Äh... Ich bin völlig überfordert mit der Gesamtsituation. Ich bin mir der Gesamtsituation. Ich bin mir der Gesamtsituation dazu unzufrieden. Äh, dann das. Yes. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach The Man. Manchmal auch The Girl, aber meistens sind... Manchmal auch The Girl, aber meistens sind... Man. Oh, nein, das war nicht so gut. Nein, das war nicht so gut, vielleicht. Wow. Ich bin schon wieder ganz unten. Ich bin voll gut, ey. Habt ihr das gesehen? Ich hab voll die Pro-Skills. Verstehe? Ich bin so Pro, dass ich wieder Un-Pro bin. Kann man Un-Pro? Gibt's Un-Pro überhaupt? Jetzt schon. Ich hab ein neues Wort kreiert. Mal wieder. Verdammt. Verdammt. Die Musik ist so scheiße. Irgendwie. Äh. Da passt noch einer rein. Noch was langes, hartes. Drei harte, lange Dinger passen. Ja, so wollte ich das platzieren. So und nicht anders. Weil es ja so überhaupt nicht den ganzen Platz blockiert. Nein. Überhaupt nicht. Wo war ich denn damit? Ah, ich weiß nicht. Das ist hier ein Ding. Ja. Genau so wollte ich das platzieren. Nicht anders. Hier kann ich jetzt gar nichts anfangen. Ach, verdammt. Leckt mich. Leckt mich. Nein, das fällt da rein. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich bin unentschlossen. Oh, ist keine Line-Up. Erst mal eine ordentliche Reise. Rein, rein. Ich ziehe mir immer eine rein rein. Also ich ziehe mir eine Nase über den rein rein. Okay. Ich soll ja nicht so oft das Wort rein benutzen. Vor allem in Kombination mit dem Wort rein. Weil dann wird es ziemlich reinig. Das ergibt mir überhaupt keinen Sinn, was du erlauberst. Muss ich aber auch nicht. Ich habe heute Geburtstag. Da kann ich außer so als sinnlose Zeug aneinander rein. Und so tun wir es, würde ich irgendwas erzählen wollen. Nicht so, wie ich es sonst mache. Ganz professionell. Ich wirklich unglaublich komplexe Sachverständnisse zusammenfasse und so ähnlich. Yeah. Drei Lines. Ich bin hier unten angekommen. Wow. Ich wollte nur noch kurz eine dritte Runde spielen. Jetzt muss ich ewig weiter spielen. Naja, scheiß Spiele, ey. Spiels nicht. Das ist scheiße. Das ist wie Tetris. Und Tetris war schon scheiße. Man hat angefangen und hat stundenlang gespielt. Passiert aber bei anderen Spielen nicht mehr. Call of Duty hat man in 20 Minuten durchgespielt. Die aktuellen Teile. Nein, nicht ganz. Aber zweistellige Spielzeit erreicht man nicht. Was ziemlich erbärmlich ist. Ja, so wollte ich das platzieren. So, nicht anders. Und dann kann ich jetzt hier so da das noch reinstopfen. Und das hier dann richtig scheiße aus. Ähm. Äh. Jetzt weiß ich nicht, was ich noch sagen wollte. Ich hab's vergessen. Ich hab spontan vergessen, als es mir spontan nicht einfällt. Ich hab schon übrigens 65 Lines reingezogen. Guckst auch mal so viel. Und dann schauen wir, ob ihr noch lebt. Innerhalb von wenigen Minuten. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Oh, so wollte ich das platzieren. Ja, doch. Also perfekt. Perfekt gelungen. Ich stopf das mal hier links rein. Fährst du drücken. Dann passt es auch rein. Ach, nein. Ich soll doch besser aufpassen, wo genau ich das Zeug hinschmeiß. Voll in die Fresse des Nachbarn. Ach. Tut mir jetzt aber nicht leid. Äh. Wohin damit? Dahin, dahin, dahin. Präzision. Das ist mein drittzigster Vorname. Mein drittzigster. Oh, man. Das ist doch scheiße. Nein, das ist Tetris. Äh. Nein, das ist nicht Tetris. Äh. Nicht Tetris 2. Äh. Egal. Nicht wichtig, was es ist. Hauptsache, wir haben uns alle ganz toll lieb. Hey Süße, soll ich dich auch mal lieb haben? Höhöh. Kannst du dich mal lieb haben? Am Arsch. Nein, Moment, warte. Das klingt falsch. Äh. Jetzt habe ich langsam ein Problem. Technisch. Ich weiß nämlich nicht, wohin mir das Zeug. Äh. Äh. Ähm. Nein, nicht noch mehr Blöcke. Gibt es ja keine Pausefunktion, dass ich die Blöcke erst mal neu erordnen kann, die schon da liegen. Wow, eine Line abgezogen. Das wird wieder nötig. Nein. Nein. Äh. Wow, noch eine Line. Noch eine Line. Ganz da unten. Cool. Yeah, habt ihr gesehen. Gleich zwei Lines. Eine Skyline war das. Ja. Warum auch immer Skyline? Ja, weil sie hoch war, genau. Obwohl die andere waren. Nicht wichtig, nicht wichtig. Keine Fragen stellen. Lines abbauen. Lines abbauen. Ich bin Level 8, Baby. Level 8. Hey Süße, schon mal wieder Level 8. Habe ich gedacht, dass ich das nicht so lange dauere. Das soll nur ein kurzes Special werden. Das spiele ich schon seit 12 Stunden. Und zwar in zwickig Minuten. Nein, andersrum, andersrum. Ähm, ja, so ähnlich hatte ich das geplant. Yeah, und da baut sich ein Block ab. Und wo platz ich dich? Da rein, yeah, und tschüss. Äh, was? Nein. Nein, das ist zu hoch. Nein, verdammt. Wohin? Ich hasse es, wenn es so hoch ist. Ich darf immer meine Probleme mit. Okay, ich habe gleich verloren. Wow. Ich habe meinen Rekord, glaube ich, bald verdoppelt. Määäh. Wow, was für eine Blockverschwindung, die alle wegzuwerfen. Oh. Das müsste explodieren. Dann gibt es bestimmt noch ein größeres Raumschiff. Aber das werde ich jetzt nicht freispielen. So, und jetzt lassen wir mal die Frau ins Steuern. Bum. Da hinten ist eine kleine Stadt im Hintergrund. Yeah, über 7.330 Punkte. Yeah. Voll gut. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Ja, ich habe das gesehen. Ja, Spaß. Egal, Karl. Das war mein, wir haben übrigens auch ein 2-Player. Das habe ich doch gar nicht ausprobiert, wie ehrlich gesagt. Das habe ich die Steuerung zuglück nicht angeguckt. Äh, haha. Ich bin der Linke übrigens. Wie drehe ich diese Kackblöcke hier? Keine Ahnung, ich kann sie irgendwie nicht drehen. Also es ist leicht ungünstig. Oh, der zweite Player hat verloren. Oh. Wie ungeschickt von ihm. Das war sehr ungeschickt von ihm. Also wirklich, ich hätte besser aufpassen müssen. Hätte doch mal was gemacht. Schlimm. Nein, man kann das glaube ich nicht online spielen. Wie drehe ich als Player hier irgendwas? Ah, da drehe ich. Und da drehe ich zurück. Okay. Egal, ich gewinne. Yeah, ich habe gewonnen. Benden wir das Multiplayer-Match. Ich habe gewonnen. Der Richter hat verloren. Ah, verdammt. Verloren. Schon wieder. Das ist nicht ganz verbabel. Yeah, ich habe Rot an. Ach, ich bin voll cool. Ich habe voll drauf. Und jetzt? Äh, hallo? Hallo. Joa. Joa. Was ist nu? Mäh. Mäh. Ich drück mal Weltknöpfe. Aber da tut sich nichts mehr. Okay. Okay. So, wir sind hier. Okay, zwei Player. Sollte man wohl mit Vorsicht behandeln. Können wir uns auch die Color ändern? Yeah. Okay, wenn man das möchte. Aber er möchte schon weg von Rot. Das geht ja gar nicht. Also, wenn man Rot hier so da, naja. Okay, jetzt sieht auch ein bisschen scheiße hier aus. Aber egal, Karl. Das war mein Geburtstagsspecial. Nicht lang, aber dafür richtig scheiße. Egal, Karl. Ich kondier das dann mal. Lad es dann wahrscheinlich am Wochenende hoch. Mal gucken. Egal, Karl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.